Das ist relativ leicht, oder? 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 Das ist relativ leicht, Ja, Ella, wir machen gleich die Bachen runter. Aber das kannst du ja noch verändern, theoretisch, oder geht das jetzt beim Landen nicht? Ja, ich weiß nicht, ob das beim Landen zu dem macht. Aber gut im Griff hast du es auf jeden Fall. Nicht wie sonst, ne, immer so starten und prrrr. Das klingt auch cool. Das ist ja ruhig. Ja. Ich kriege mich nicht weiter getrimmt, das ist doch schwer zu fliegen. Das ist ja so. Das ist ja ruhig. Das ist ja ruhig. Das ist ja ruhig. Was ist kaputt gegangen? Das. Das macht nichts, Ella. Das ist noch Schnee, da geht kaputt, wenn man drauf tritt. Na ja, komm. Das war doch gut. Hä? Cool. Und alles ganz, ne? Ja, es ist hier, guck, der Deckel hier vorne von der Batterie. Und der Batterie-Cover ist abgefallen hier, ne? Da kommt ja der Deckel drauf. Aber das geht noch. Und die Kamera hat es halt gelöst, aber das ist ja nicht so schlimm. Der Flügel ist fest. Und wenn die Kamera noch dran ist. Ja, die hab ich schon eingesteckt, die hab ich eingesteckt schon. Ja. Autoliner Erstflug hier. Schön. Mit T-Leitwerk hier. Gibt mal das riesen Leitwerk an hier. Das ist mega. Das kommt geil, das Ding rein. Hier noch stellst du das Bild. Bitte? Ja. So.